Das ist die neue Partei, das ist eine Partei Neuen Typs, die heißt Die Partei, wir sind glaube ich die modernste. Also mein Lebensgefährte, der ist dafür. Er hat gesagt, also die muss dran. Ja, das ist doch eine schöne Bestätigung. Damit endlich mal anderer Wind reinkommt, damit die Oberen nicht mehr die Macht haben. Genau das ist unser Ziel, wir möchten die Oberen von der Macht entbinden und deswegen haben wir auch die Partei gekündigt. Bescheides rauskommt. Die verbuddeln sich immer mehr. Ich glaube auch, es wird Zeit dafür, dass jetzt ein völlig frischer Wind aufs Land fährt. Es spricht immer so ein kleiner Hitler, der müsste ab und zu nochmal da sein. Das ist halt diese Sache. Ja, ob es ein Hitler ist oder ein Hintner wie unser Generalsekretär. Aber das ist halt eben noch. Der Hitler hat sich eingraviert überall. Ich hoffe auch, dass wir einen ähnlichen Rückenwind haben wie Hitler in den ersten Jahren. Einen Weltkrieg werden wir deswegen nicht vom Zaun brechen. Das kann ich Ihnen versprechen. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein. Das muss nicht sein.